hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen meilenstein eigenen meilenstein natürlich zu gucken und auch schwert hauptsächlich schwert hier schwertschild wie ihr seht bin ich in einer wunderschönen winterlichen stadt der grund für diese video hallo dennis übrigens hallo ist der wunderschöne pokédex ist voll und wenn mir hier noch empfohlene pokémon gezeigt wenn ich ihn alle habe das habe ich mich auch gefragt okay wir haben alles auf jeden fall jetzt den schiller pin abholen und ich habe denn ist dabei weil er mir ja gegen ende auch sehr viel geholfen hat und ich mag meine hat dann macht ihn nicht ja wir haben uns beide geholfen ja das war krebstastisch wir müssen ganz rechts ins zimmer das neue links genau ganz rechts im zimmer sind jetzt dünner wetter du hast es geschafft du hast den pokédex ververständigt meine in aller rassischen glückwunsch zu dieser großartigen leistung für die sehr fantastische errungenschaft hast du dir eine urkunde verdient diese handschuhe hatte extra für dich an weil ich habe das mikrofon nicht vor mir stehen aber ist mir egal urkunde spieler ich dieses dokument bescheinigt die erfolgreiche vollständigung der vollständigung des pokédex herzlichen glückwunsch aber wäre das war noch nicht alles hier was mich mit einer liga karte dieses abzeichnen hinzufügen so das hätten wir weil ich mich selber ein engar argument vorher schenkt hier die sind china repien verschloss das item in der basis item tasche ein mysteriöser schöner glücksbringer der die wahrscheinlichkeit erhöht schillerne pokémon zu finden ich hoffe dann hört sich so falsch an ja ich weiß ich hoffe deine leidenschaft pokémon wird effekt wären ganz ehrlich wenn mir so ein typ auf der straße entgegen laufen würde ich würde beide die hand nehmen und rennen davon abgesehen er sieht einfach aus weil er gar keinen bock mehr hat das laufe gesundheit übrigens jetzt nach links wieder in den aufzug der schiller pin das ding ist einfach dafür da wenn man pokémon züchtet dass die wahrscheinlichkeit auf einem shiny was besser klingt und irgendwelche leute wieder auf der straße rumdödeln das hat für die chance erhöhtes beim züchten und zudem anders gibt es jetzt auch wenigstens am sonntag ein stream eventuell unter der woche schon ich weiß es noch nicht wir haben ja schon donnerstag ja gucken und generell wie gesagt es wird noch mal ein infovideo kommen abseits dessen wie es ja alles ändert wie schon letzten gesagt ich hoffe ich sehe euch dann in dem stream der gute meiotics dann links rechts schwäche hat grüße gehen wir uns noch mal raus der macht das gleiche auch mit dem shiny hunting könnt ihr auch vorbei gucken und der dennis wird wahrscheinlich auch mit dabei sein hallo hallo bis dahin danke für eure aufwesernkeit wir sehen uns bis dahin tschüss tschüss